test also hallo hallo meine lieben freunde der volksmusik herzlich willkommen zu zunächst den weiteren tollsten super folge von extrem gaming play mafia let's let's drei mafia play 3 nummer drei episode nummer 24 ha 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 guckst du hier ist der heinz rüdiger unser schicker held mit seiner gut sie oder was ist es ist eine uzi ich habe bei der bundeswehr mit einer uzi mit der echten uzi geschossen maschinenpistole das ist eine haut ganz schön was vom teller das ding ja genau seine uzi das dürfte das sieht aus wie die uzi das ist eine schweizer firma die die uzi herstellt übrigens das ist so die beliebteste so ziemlich maschinenpistole der welt gibt sogar bei der bundeswehr ja gut das bin jetzt nicht ich das ist der heinz rüdiger oder der so komisch tut und ja folgendes in der letzten folge hieße es heißt doch immer noch sabotiere die mühlkippe und wir sind hier in die mühlkippe rein ich bin da durch gewatschelt habe alle umgenietet und bin dann und wusste aber nicht was ich da mache und bin dann wieder raus und dann stand aber immer noch sabotiere die mühlkippe dann habe ich noch mal genau gelesen es heißt sabotiere die mühlkippe mit sprengladungen steht da oben sabotiere die mühlkippe mit spreng jetzt habe ich mir gedacht mit sprengladungen gut ich habe zwar jetzt auch wieder eine neue fähigkeit da irgendwo siehst du da ganz rechts das rote aber da habe ich aber null unten rechts das rote 0 3 also das ist eine sprengladung und jetzt bin ich noch mal zurück und dann waren aber wieder alle feinde da jetzt habe ich die wieder umgenietet und als ich aber hier am fröhlichen umnieten war war hier wieder bei der notiz bei der komischen sie ist die komische drecks notiz ja hier bei der notiz wenn du da jetzt noch mal genau schaust ja du stehst nämlich hier genau auf dem ich rede wieder so laut du stehst nämlich hier genau auf dem punkt siehst du das ist die gegend und hier ist genau der punkt wo du sabotieren soll mit sprengladungen genau und wenn du jetzt aber hier schaust guck mal da leuchtet ein x auf an dem ding hier siehst du das habe ich gar nicht gesehen also das wird wohl sein oder dann geht das ding hoch dann gehen die die radioaktiven fässer hoch oder was immer das sein soll also atomic waste oder bla bla toxic waste bio bio hazard oder sonst was also anscheinend müssen wir jetzt hier der x drücken dann dann ist dann geht das ding hoch oder so oder das probieren wir jetzt mal kann ja nur schief gehen und da muss ich aber schnell raus da oder wie ach du scheiße also test mal probieren wir mal also hier x drücken oh 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 jetzt jetzt schau genau verschwinde von der mücke eben jetzt muss ich verschwinden und warte gehe ich da runter hoppla warte waffel weg jetzt muss ich da wieder raus ist der böse nee der ist auch ein zeuge jetzt müssen wir wieder raus verschwinde verschwinde von der müllkippe oder also raus aus dem haus and now keine zeugen verschwinde von der müllkippe oder huch achso verschwinden weiter als das grüne ding ist oder jetzt habe ich hier so eine grüne rechts rechts ich komm habe ich jetzt 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 oder huch jetzt schau 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 siehst du das bleibt jetzt das rote x habe ich übersehen ja das blaue x habe ich übersehen das hätte ich machen sollen damit du es weißt das wollte ich dir noch zeigen schau ja oh and now oh schau 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 zu mir was das geht immer so schnell komm das kann sich keine sau merken was war jetzt da geht irgendwie als wenn er in die hose gemacht hätte das war es jetzt ist immer da bei dem das x das habe ich nicht hoch nie auf der suche wer ist auf der suche komm weg hier also das war es jetzt wir hätten da bei dem generator oder was das war bei dem notstrom generator bei den grünen fässern hätten wir wie geht's hätten wir bonjour das heißt ein paar schuhe da hätten wir das x drücken müssen das blaue das war völlig untergegangen das habe ich gar nicht gesehen aber jetzt weißt du es ich wollte es dir bloß zeigen ja das spiel makes me ready da schau her jetzt haben wir da haben wir da oh jetzt müssen wir die nächsten Müllkippen sabotieren oder das sind jetzt Müllkippen befreundet oh aber das ist jetzt hier die Aufgabe oder also hm unsere Nebenquest oder dürfte das sein oder und das ist äh die Maria Bava genau die brave Maria für die müssen wir jetzt die Müllkippen sabotieren oder das ist befrage die Erpresser muss ich das noch machen jetzt weiß das irgendein Schwein sabotieren die Müllkippen aha befrage die Erpresser ja gut da müssen wir das jetzt machen oder das spiel oh da sind auch schicke Abwehrpunkte wo ist denn das jetzt ah ne auto 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 sause wir fahren jetzt nach hause oder so ähnlich mein Satz heiße Reifen wie bestellt ich weiß das zu schätzen du mich auch ich drücke mal das falsche du mich auch oh oh und da fahr ich den Bullen wieder rein oh ne oh hoppla der geht auf der Straße oh Bullen den fahr ich wieder rein da muss ich wieder abhauen ne oh ne weil wenn du die einmal nur ganz kurz berührst dann ist schon Ende tut es gleich zwei da ist Ende Schluss mit lustig oh ne das Spiel gut da muss ich jetzt vorsichtig sein weil die hauen mich weg die Kollegen schau her da darf man jetzt nicht anrempeln da muss ich jetzt warten weil die hauen mich weg ja fahr halt du Idiot ach komm die habe ich im letzten Video angerempelt und dann war Fahndung das wollen wir nicht ja komm die heute noch vorwärts komm das kann jetzt nicht sein oh ne ja hau doch oh ne ja parken die das da oder entgegen der Fahrtrichtung komm komm ah befrage die Käse nein ist da drin du scheiße wo ist denn das ah da ist eine Sicherung komm das machen wir jetzt ah ne 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 Dings da das machen wir jetzt noch dass wir auch irgendwas machen hier dass wir was gemacht haben da ja ja toll ab ja da ist noch einer soll man den jetzt sagen da ist noch hoch neben mir ist da drin ist da drin ist was Playboy Magazin kommt es da stehe ich gleich daneben wo ist denn das da drin da ist eine Sicherung das nervt mich da drin ist da komm ich da rein da komm da komm na schau her wahnsinn wo ist er da 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 guckst du drei von vier was haben wir noch im Angebot ah da drüben ist noch ein Abwehrpunkt na gut ähm befrage die Erpresser ach du scheiße jetzt gehen wir da hin schauen wir mal ja das ist jetzt wieder das übliche also ich hole mir jetzt dann wirklich ein Cheat weil weil das dauert ewig da kann ich 30 Jahre befragen das kann ich nicht befragen ah ich hab schon ganz trockenen Hals Entschuldigung weil ich hab schon ein Video gerade gemacht hm ich bin vorhin gerade aufgestanden es ist jetzt 6 Uhr früh äh und das ist jetzt schon mein zweites Video heute hintereinander hoch oh das sind sind das nur zwei schau her aha na komm befragen 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 komm her befragen komm her komm her das ging aber schwer du scheiße ne gut anwerben das ist anwerben ist besser oder anwerben du unterstehst mir das geld versteckt der putz an genau da war doch vorhin coole ach da 500 für eine handvoll dollar boah verbleiben wir schon aha schau was die Gegend an toll 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 also schick gemacht schau wie lange das dauert bis bis so eine Spielwelt erschaffen ist schon her die müssen wir jeden stein da gut nicht jeden stein dauer das ist schon wahnsinn räume achso ist das jetzt schon aktiviert gell ah ne wo ist das wo ist denn das ach das auch oder das blind sicher räume das geld verschickt der putzkolonne mehr aus hier wird das ganze geld gesammelt dass die putzkolonne mit all ihren aufträgen ist das eine schicke sache gut da gehe ich jetzt aber links an dem ding vorbei kommen da komme ich doch jetzt noch hin na komm rüber links da wo der damen an dem abwehrpunkt gehen wir jetzt noch vorbei komm der ist da vorne na wenn wir schon mal da sind oder also wie gesagt ich würde es auch lieber mit cheats spielen weil komm das ist immer dasselbe und du siehst ja man muss halt nur ein bisschen warten immer dann kann man alle ab servieren und und das dauert aber jedes video dann 30 jahre also und du war immer weiß ja jetzt du weißt da wie es geht also hoch ach das ist da hinten man weiß ja jetzt wie es funktioniert also das ist jetzt nichts neues mehr und angeblich hätte ich jetzt oder krieg ich das erstes größere magazin unsere scherze schicke sache aber da ist gleich ein kommunistische propaganda ach da komme ich jetzt wieder mit ein ach du scheiße ne da müssen wir außen rum oder komm ich da durch das täte mich ja mal interessieren wenn man das jetzt zum beispiel jetzt eins von den dingern alle hat was dann passiert aber ob das auch irgendein vorteil ist muss doch auch irgendein vorteil bringen oder vier von vier in war gut dann dann das lassen wir jetzt dann dann müssen wir da hin da ist ein album cover kann ich hier ein auto holen oder muss ich auf die straße erst wieder kann ich doch ein auto holen oder wir bleiben doch schon kann ich hier ein auto holen mal schauen kannst du mir eine neue karriere besorgen ich bin in barclay bin dabei junge ich lass ihn schon mal warm laufen da ist er ach du scheiße komm ich kann ich da rüber oder das ist eine große helfe der park da quer auf der vorbahn das ist ein idiot und dann latscht er auch noch über die vorbahn hier ach ich bin falsch so gehen wir zum nächsten auftrag habe ich alles entschuldige im moment habe ich alles richtig oder aufnahme läuft oder auf hoch also gut müssen wir da hin uh bullen entschuldigung oh ne das ist ein bullenauto oder das ist ein ach da mensch hier sind überall bullen ja da darf der oh das das rote das ist auch ein schicker sport tschuldigung schicker ich darf die bullen aber nicht an anlocken ach komm au oh nee gut jetzt jetzt aber los komm ui da geht's gerade oh so weiter was was muss ich machen wollen wir wollen wir das geld im stück das das kann ja heute werden müssen muss du gehst aber weit jetzt aber beim sams mit parken sauber einparken fängt raus deckung ja jetzt kommt wieder das ist das übliche räume das geldversteck aus also ach du scheiße da ist aber die kacke kommt da kann ich an die wir haben sie haben jetzt kommt da einer konnte rauskommt oder muss ich rein töten ja komm her der ist jetzt gelb warum ist der gelb also das schild komm her kann der nicht rauskommen kann ich den nicht durch die wand umhauen kommt das ist ja doch lustig wenn man das könnte auch die muster rein das ist klar ach komm kann ich nicht andersrum rein das wird ja kritisch muss ich die tür auf und war ja dann der erste zweite feindlich ach du kommt da geht es da rein muss ich jetzt davon rein ja das dauert jetzt 20 jahre ohne cheat wie soll ich das kommt ach komm doch 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 kommt scheiße da rechts rechts steht das sind vielleicht die tüten ach da komme ich auch nicht ach da muss ich direkt rein so eine kacke scheiße da kommt ein beschissenen job und finde ich da haben wir den sauber hin liegt ja ganz vorsichtig der röchelt noch ja das tut mir leid anders geht es nicht aber wenn ich ein cheat hätte würde ich jetzt rein rennen die alle umhauen und dann könnte man weiter spielen weißt du aber so kann ich jetzt 30 jahre mit dem scheiß da ach kack in die hosen ach kack in die hosen ja gut bei allem als spiel spaß weißt du das macht unheimlich spaß wenn ich jetzt hier fünf jahre brauche dass ich die dreck seite das macht mir unheimlich spiel spaß das macht mir unheimlich spiel spaß verbinden und wenn es auch benutzen trainer Das ist ja furchtbar, das bricht die Ehre des Gamers, leck mich am Arm, scheiß drauf hier, komm, ach, ist doch wahr, nee, komm mal her dann, du Arschloch, Entschuldigung, ich könnte mich so aufregen, über diese, ja komm mal, Mensch, Weiß und eine Kugel, da habe ich, fange ich ein und dann bin ich tot, da kann ich den ganzen Dreck von vorn machen, jetzt aber, oder, ja komm halt, Mensch, bist du blöd, komm, 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 ah nee, das Spiel, Jetzt kommt, kommt her, ah nee, wollen wir das Spiel, jetzt ist eine Unachtsamkeit und ich kann ganz von vorne an, dann muss ich erst wieder 5 Kilometer, dann bin ich irgendwo ganz am anderen Ende der Stadt, dann da wieder 5 Kilometer hinfahren, das ist doch zum Scheiß, das scheint, warte, ne, die, Jetzt ist der Hurens回來, ich mach ihn alle, ja, 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 ich mach ihn alle, solche Toten, Ja, unheimlicher Spielspaß kann man jetzt wirklich mal so sagen, das ist wirklich Spielspaß pur. Ja, komm her, genau. Jetzt müssen wir die rechte Bude ausräumen. Komm her. Und dann die Linke. Und dann, wenn wir Glück haben. Komm halt her, Mensch, du Idiot. Ach nee, das Spiel nervt mich. Ach nee. Wir haben da schon. Ah, jetzt kommt der. Dann, wenn wir die rechte Bude haben, dann können wir die linke Bude nehmen, oder? Ja, komm. Ach nee, der ist so blöd. Der ist so blöd. Ah nee, da hinten. Jetzt können wir da rein. Na, was macht der in der Hut? Ach, komm. Hoch, da liegen alle. Was machten der? Das, der macht ein Tänzchen. Komm her. Oh nee. Ja. Jetzt können wir da ausräumen, oder? Ach, da ist die Notiz. Ah, ja, bla. Bla, 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 bla. Kohle? Nee, ich will Kohle. Kohle. Da. Da, Kohle. Komm. Für eine Handvoll. Oh nee, schau her, die zu sich. Oh, tschau, süß. Das ist eine Bandsäge. Benzor. Ah, da hat sie Bandsäge. Heißt Benzor. Da wäre ich jetzt von selber gar nicht drauf gekommen. Oh nee. So. Kennst du doch die Filme? So. Da sieht der die... Das, 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 den, 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 den Fußstuhl. Oh nee, da haben sie ein, ach komm, das Spiel ist, oh nee. Oh Gott, schau her, brutal. Ja, ist ab 18. das Spiel, oder? Uppla. Muss ich das jetzt nicht hochhaken? Nee, nee, warte, da ist wieder so ein Blick. Nee. Das müssen wir jetzt so schnell anschauen, komm, das ist lustig. Oh nee, schau her. Oh, gut. Na, so genau wollen wir es gar nicht wissen. Ähm. Was müssen wir räumen? Das Geld versteckt. Wo ist denn jetzt die Kohle? Oh nee. Jetzt kommen wir her. Oh nee, der ist so blöd. So blöd. Versuchen wir es mal hier. Der ist so blöd. Hoppla. Au. Jetzt kommen die. Oh nee. Jetzt muss die erschießen. Jetzt warte. Jetzt haben wir alle, oder? Bluten? Oh nee, da liegt der auch gar nicht. Da liegt immer alles Zeug drin. Jetzt haben wir doch alles, Mensch. Und? Räume? Das Geld? Wo ist jetzt das Geld? Warte. Da. Oder? Warte, da. Ach, da, da ist es. Ah, da ist es. Rede. Schaden zu mir reicht. Oh nee, da ist hier die, die. Hoppla. Da ist die Dusche. Oh nee. Das Spiel ist hammerhart. Da schau ich auch. Da ist ein Plakat. Crazy. Mö, 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 sie weiß jetzt. Nee, nee. Oh Gott. Ah nee. Ist ja hammer. Da hinten ist die Sicherung. Warte. Die nehmen wir jetzt auch noch. Huch, wo? Da. Da ist es. Ich muss. Ah. Die hole ich jetzt auch noch. Gut. Dann, sonst haben wir da nichts mehr. Warte, da ist noch Dollar irgendwo. Da. Wo? Dollar. Ach, da, da. Aber Schaden zu mir habe ich erreicht, gell. Medizinschrank. Da ist noch Dollar irgendwo. Dollar. Dollar. Habe ich die jetzt alle gelootet, oder? Ich hätte dachte, ich kann jetzt mehr Munition. Oh nee. Huch. Da ist Dollar irgendwo. Da. Ach, da. Wahnsinn. Müsst ihr alles für Werkzeug da haben? Gartenschere, Heckenschere. Oh nee. Was ist das? Da werden sie in Säcke eingewickelt. Ja, ja. In Teppiche. Oh nee. Das Spiel. Da liegt das. Da liegt einer. Oh nee. Das ist es so. Zum Scheiße schreien. Gut. Die haben wir alle. Geil. Jetzt müssen wir wieder zu der Tante. Die haben wir alle. Ah, da war noch was. Da haben wir auch alle. Gut, Freunde. 14.000. Oh Gott. Muss ich bunkern. 14.000. Lese ich da richtig 14.000? Ui, da geht eine. Gut. Bunkus. Bunkum. Geld eingezahlt. So, jetzt müssen wir zu der Tante. Und da haben wir hier sonst nichts mehr, oder? Nee. Ah, da ist noch missig. Ach komm. Sollen wir es das auch noch? Ah, nee. Was ist denn da los? Ah, nee. Was ist denn da los? Ach, die verfolgen mich jetzt, oder wie? Die Idioten verfolgen mich jetzt. Nee. Rede mit Maria. Ach, die werden mich jetzt ewig verfolgen, oder? Die Idioten. Äh, nee. Auf der Suche. Rede. Äh, nee. Komm. Muss ich schnell mit der reden, oder? Wo sind sie? Komm ich da zu Fuß hin? Nee. Hm. Verfolgen die mich jetzt immer noch? Hm. Willst du mir eine neue Karriere besorgen? Ich bin im Barclay. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Hier, hallo. Hm. Hier ist dein Wagenbarst. Das ist eine große Hilfe. Hm. Jetzt müssen wir mit der Tante wieder reden, oder? Hm. Oh, naja. Das stört mich immer so, wenn ich da immer so durch 10.000 Dinger durchfahre. Grüne Sicherung und so. Scheiße. Gut. Uh, 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 uh. Uh, uh. Wo war denn die Tante? Oh, du Scheiße. Ich weiß es nicht. Ja. Da unten, hier, uh, 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 da drinnen, warte. Oh, oh, da drinnen, glaube ich, oder? Da. Ach, ne. Die Handbremse, was gehört, der hat die Handbremse, jetzt müssen wir mit der quatschen, oder? Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen, hast alle zu Tode erschreckt. Oh, hallo. Oh, hallo. Du, die süße Scheiße. Äh. Rede? Ah! Warte, 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 warte. An, ja, komm. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, und? Und? Und ich bin... Rede? Ach komm, das ist nicht mehr ankommen. Ich will Weihnachten doch fertig werden. Papi, äh, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Uff, die Sau. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Wir gehen ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ähm, wir sehen. Hö, 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 hö. Äh, auf dieser süße Scheiße, ganz eine Liebe. Ähm, konfrontiert. Hier, Ray, Paul, Papi, Simmons. Ähm, das ist doch mal die erste nette Person. Also, erste normale, nette. Also, die ist doch... Also, oder? Also, ja, gut. Pause. Na gut, raus aus dem Haus. Äh, Konfrontier, Ray, Paul, Papi. Ist schon markiert, oder? Äh, nee. Da, oder? Und dann, das ist immer noch das, 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 das etwas dunklere Gelb, gell. Das sind die anderen zwei Hauptstorys. Story-Hauftrag, Story-Hauftrag. Und das ist jetzt immer, das ist ein Story-Hauftrag, aber auch gut. Äh, da gut, jetzt fahren wir da hin, weil ich will Weihnachten noch fertig werden. So, jetzt ist er rückwärts raus. Oh, da sind Bullen. Bullen, ich sehe nix. Wohin? Ach, da hin. Scheibenwischer. Der macht sogar einen Scheibenwischer. Unglaublich. Und jetzt da rauf, oder? Das war Weihnachten noch. Fertig werden. Ich hab Weihnachten noch was vor. Gut. Wieder in den Tunnel. Der, die, das Tunnel. Heißt es der Tunnel, oder das Tunnel? Der, der Tunnel, oder? Tunnel, heißt es Tunnel, oder Tunnel? François Tunnel, das war der Erfinder der gegrabenen Röhre, oder? François Jean-Jacques Tunnel. Garantiert, oder? Äh. Oh, hoppla. Was muss ich? Konfrontiere. Ja, ja. Ah, nee. Leck mich am Arm. Ach, komm. Ich hol mir jetzt einen Cheat. Ich mag nicht mehr. Das ist doch nicht mehr feierlich. Bei aller Liebe, aber das ist doch dann auch langweilt, doch auch irgendwie, oder? Sind die Bullen auch noch da? Ist doch dann kontraproduktiv. Spielspaß. Gibt's immer so Idioten? Oh, Mann, die Spielspaß. Da rein. Hoppla. Oh, oh. Na gut, parken wir da hin. Vorschriftsmäßig einparken. Komm. Oh, ich bin schon unbefugt. Oh, nee. Oh, nee. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Also, das macht doch echt schon fast keine Rücksucht. Ja, da hab ich. Hab ich nicht. Problem. Komm, da. Da kommt der. Huch. Da kommt der. Scheiße. Das hörte sich nicht gut an. Ach, jetzt kommen wir alle zwei wieder. Du Scheiße. Nee, Alter. Komm, ja. Oh, jetzt sieht mich der. Nee. Kommt hier hin. Nee. Ach, jetzt kommt der Idiot. Ah. Ich bin verletzt. Ach, komm, wir zeugen. Zeugen. Ach, du Scheiße. Jetzt kann ich wieder. Oh, nee. Oh, nee. Ach, Mann. Das Spiel. Jetzt kann ich da wieder. Ja, ja. Ja, ja. Wacht, es kommt einer. Der Röchel noch. Jetzt kommt einer. Komm, ja. Oh, da hinten. Ah. Kommt da hinten, Alter. Oh, nee. Das sind wieder 50. Jetzt kommt einer. Das sind wieder 50. Ja, wenn die jetzt alle so kommen würden, dann würde ich ja nix sagen. Ja, genau. Sieh nach, Junge. Komm. Entschuldigung. Ja, komm. Ach, das sind 10.000. Komm. Mach Pfosten. Das sind Pfosten. Na, ja, komm, komm, halt. Da ist doch einer da. Och, der kommt von hinten. Äh, nee. Ah. Äh, nee. Komm, wieder von hinten. Nein. Das ist fies. Äh, nee. Äh, was hab ich denn jetzt für ne Knarre? Wurscht. Die andere. Ach, komm. Ja. Ach, jetzt kommt einer, oder? Komm her. Ja, komm her. Ja, anders krieg ich die nicht weg, weil dann ballert... Schau, wenn einer, einer allein kann mich in zwei Sekunden wegballern. Und dann kommen die zu fünft. Also, ich kann es leider nicht anders machen, weil... Tut mir leid. Spielspaß. Ja, ich sterbe vor Spielspaß. Dollar. Der Dollar. Weg. Äh, äh. Ja, genau. Komm, wieder ein paar her. Komm. Ja, pff. Tut mir echt leid, der kommt. Tut mir echt traurig, aber ich kann es nicht anders machen. Komm her. Äh. Wach... Wachposten. Ach, du Scheiße. Wach... Wachposten, Alter. Äh, nee. Telefonvermittlung. Telefonvermittlung. Äh, Zeugen oder die Polizei. Ach komm, scheiß drauf. Jetzt kommt der. Bullen. Wenigstens kommen keine Bullen. Au. Versuchen, wer ist hier drüben. Nee, du Arschloch. Nee, du Arschloch. Nee, du Arschloch. Nee. 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 Ja, da oben. Oh, nee. Oh, nee. Nee, noch 50. Äh, nee. Telefonvermittlung. Ja, das darf ich aber nur einmal machen oder so. Dann, das brauche ich aber bestimmt irgendwann noch. Tun mir leid. Jetzt komm her. Komm, komm. Der steht da oben. Das ist scheiße. Äh. Äh. Der steht am Dach oben. Oh, nee. Äh, der ballert mich sofort weg, der am Dach. Da war ein Scharfschützengewehr oder so. Oh, nee. Da muss ich auf das Dach rauf. Wie komm ich denn da hin? Ja, komm. Hm. Jetzt, wenn ich da rübergehe, merkt das einer. Jetzt geh ich da rein. Jetzt warte. Muss ich da rauf gehen vielleicht, oder? Da oben. Mhm. Oh. Komm, Werner. Die ballern mich da oben weg. Äh, nee. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Du Scheiße. Wie komm ich denn da? Du Scheiße. Äh, nee. Ich komm. Ich weiß nicht, wie ich da rein soll. Du musst die da oben. Oh, nee. Warte. Au, du Scheiße. Komm, ich bin da hin. Da ist einer. Nee, der. Achte. Wer bist du verdammt nochmal? Da ist... Ah. Jetzt kommt einer. Ich hab' auch keine Munition mehr. Ich krieg' hier... Ich seh' nix mehr. Wahnsinn. Ah, nee. Da oben. Huch. Ah, nee. Das Spiel macht mich fertig. Ja, Entschuldigung. Ich kleide auch mal. Äh, ne. Jetzt kommt einer. Komm her. Aha. Ja, wieder ein da. Da, ach du Scheiße. Waffenschrank. Ja, das nutzt mir aber nix, oder? Nutzt mir das was? Waffenschrank. Ja, ich weiß nicht mal, welche Waffe da. Ah, kommt einer. Okay, suchen wir waren das weiter. Wieder einer. Das könnte es doch schon gar nicht mal da oben. So viele sein. Ja, da oben. Da hinten. Das ist da hinten. Da ist ganz gut. Das da. Au. 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 Warum ist da hinten auch noch gut? Ah, nee. Geh' mal da rauf. Wachpfosten. Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Deckung. Da ist ja alles rot hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will nicht mehr. Ach du Scheiße. da hocken ist alle. Au. Die muss ich erst töten oder wie? Kann ich da ist kein anlocken? Keine Zeugen auf der Suche. Ach kacke. Ach kacke. Geh' ich doch rein. Wo bist du hin? Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Ach du Scheiße. Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Ich geh' in Deckung. Ach kacke. Ich auch. Ach kacke. Ich geh' in die Hose. Jetzt muss ich den befragen. Komm. Befragen. 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 gefahren jetzt können wir anwärmen wir haben wir noch einen herzinfarkt jetzt kommt hier wieder die du hast die qual der wahl die walter kassandra zu also streaming zmi das war nicht wirst du das gehen und sammelt entfernt bleifahrung keine verbrechen sammelt den kippen ach die hat schon 146 die haben noch 100 100 da müssen wir mal die anderen die noch 100 haben machen oder damit die gleichmäßig oder oder so findet positionen der gegner und sammelt dein kickback ein irgendwie die dreckswaffen da entfernt bleifahrungstunden findet sammelt der kickback findet position entfernt bleiben immer das war oder weil die um 100 die hat schon 146 die um noch 100 nimm mal das mal jetzt ist das scheißegal kommen die wieder jetzt kommen die die grünen boah der ist ja was bei den ermittlungen kam es von anfang an zu schlampereien die polizei wollte uns unbedingt raushalten aber das war nicht das schlimmste irgendwer ist in unser büro eingebrochen und hat nicht nur unsere ganzen akten geklaut sondern auch fast unser ganzes abhörer equipment genau die zu donnerwendung über ein zu die story haftrag feingeschaltet auch kalte kennt sich immer die rede mit nikki ach komm das ist das kann keine sau verbündeten zu gewöhnen die kopf zu stechen das kann ich aber immer nur einmal machen oder das ist toll das ist hier zum scheiße schreien da haben wir sonst nichts mehr da oder schon sichere weste das ist der größte dreck keine sau was soll ich jetzt machen schnappt ihr trifft dich mit donovan geh zu donovan trifft dich mit donovan also wartet da war doch aber neuer bei den grünen ist jetzt neuer ich hab doch das auch immer so ist stil den tag weise zu stil das boot weise zu das wie soll ich das machen weil kann weiß das einer das weiß keiner stil das boot wie soll es nun wie geht das weise berg ein bezieht das ist aber so schnapp dir ich glaube das müssen wir machen oder schnapp dir den da oder weil das sind die anderen zwei hauptkapitel story auftrag innenstadt und story auftrag tick vorhaber und wir sind aber noch an dem dritten also der also quasi der erste das waren drei hauptaufträge und das war der erste von denen da sind wir jetzt anscheinend immer noch der war hier da sind wir jetzt anscheinend immer noch am arbeiten aktuelles ziel doch kommen na gut wir müssen die wieder pause machen warte ich gut machen machen wir hier mal pause und und ich tue mal offline weiße berg einen bezirk zu wie und dann machen wir im nächsten video weiter wenn ich weiß wie das weitergeht hier keine ahnung ok also bis zum nächsten video